Wir legen es 1 zu 0 von der zweiten Mannschaft. Die dritte Mannschaft geht aus auf 1 zu 1. Zweite Mannschaft geht wieder in Führung mit 2 zu 1. Die dritte Mannschaft geht wieder in Führung mit 2 zu 2. Die dritte Mannschaft geht wieder in Führung mit 2 zu 1. Die dritte Mannschaft geht wieder in Führung mit 3 zu 2. Die dritte Mannschaft geht wieder in Führung mit 3 zu 1. Und Cedric hebt die Penalty vom Enea und es bleibt weiterhin für die zweite Mannschaft 3 zu 2. Die dritte Mannschaft geht wieder in Führung mit 3 zu 1. Die dritte Mannschaft geht wieder in Führung mit 3 zu 1. Die dritte Mannschaft geht wieder in Führung mit 3 zu 1. Ach, verschossen! Entschuldigung! Sorry! Die dritte Mannschaft geht in Führung mit 3 zu 1. Die dritte Mannschaft geht wieder in Führung mit 3 zu 1. Die dritte Mannschaft geht wieder in Führung mit 3 zu 1. Die dritte Mannschaft geht in Führung mit 3 zu 1. Die dritte Mannschaft geht in Führung mit 3 zu 1. Die dritte Mannschaft geht wieder in Führung mit 3 zu 1. Die dritte Mannschaft geht in Führung mit 3 zu 1. Die dritte Mannschaft geht in Führung mit 3 zu 1. Vielen Dank. Fabian Brunner gleich wieder aus auf 4 zu 4. Sandro Diner erhöht wieder auf 5 zu 4. Sandro Diner erhöht wieder auf 4. Der Elias gleicht wieder aus zu 5 zu 5 für die dritte Mannschaft. Der Elias gleicht wieder aus 4. Thomas Müller rettet den Schuss und er steht jetzt immer noch 5 zu 5. Jetzt können sie die dritte Mannschaft klar machen auf sich und mit dem nächsten Schützer. Und Thomas Müller nimmt es selber in die Hand und entscheidet die Spielversicht. Und wir haben auch die dritte Mannschaft.